Für die Kinder auf der ganzen Welt machst du das, okay? Ja, okay. Ruhig. Du musst jetzt einen Baum spielen, aber du musst wachsen, du musst wirklich so theatralisch machen. Du musst dein inneres Kind wieder wachsen lassen. Guck mal, zeig dir, ich zeig dir so, so. Oh, 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 Baum. Oh, 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 oh. Wir brauchen noch einen Ast. Ich schon, okay. Dein Mann ist da, hallo? Wir können nach Hause gehen, Mann. Verlag, so ist es zu fahren. Ich muss ihn auch aufslagen. Ich liebe meinen Job. Ich bin dein Haus. Jetzt kommst du dran. Jetzt fahren wir 200 Stundenkilometern an den Baum vorbei. Das war dein Ding da, ja? Wir machen es doch mal so. Ein Brücker, so kommt es jetzt einen Riesen-Sprung. Ja. Ja. Oh mein Gott, ein Sprung! Jane, vorne kommt ein Sprung! Oh mein Gott! Ein Sprung! Ein Eisprung! Ein Eisprung! Vielen Dank. Vielen Dank.